Hallo Freunde! Ich bin gerade dabei, unsere heutige Gute-Nacht-Geschichte abzufeuern! Jetzt bin ich doch eh mal im Kreis gelaufen, kann das... Kann es sein? Kann es sein? Skelette... Skelette... Skelette? Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Gibt es da irgendein Gas, wo sich... Ja gut... Die hängen halt schon lange... Ich meine... Das dauertechnisch nicht mal so viel gehen kann... Könnte ich mir gut vorstellen... Obwohl ich mich damit noch nie befasst habe... Grüße an alle, die in den Chat hier... Oder die in den Stream reingucken... Grüße, Grüße, Grüße... Das National Memoriam... Ja gut... Ach komm... Alex? Julia? Oh... Scheiße... Ach... Ach... Scheiße... Ist er tot? Ach... Scheiße... Nee... Ach... 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 Ah... 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 was geht hier vor sich das ist jetzt doch schon ein bisschen ziemlich cool weil du jetzt nicht weißt bildet die sich das ein oder gehört das zum ist das richtig ich frage es hat er sich selbst weggeballert oder wurde da weggeballert 9 ach quatsch Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Darf man das so zeigen? Ha! es ist irgendwie echt so vorausschaubar aber irgendwie ziemlich witzig was in gottes namen ist das ja leute keine ahnung ganz halb drei ich bin mein ich habe gerade eben liefter gerade eben liefter speicher punkt punkt durch ich mache mal schluss heute ich will mir noch mal irgendwie ein power net hinlegen dass ich heute abend ein bisschen länger durchhalte und ja ich guck mal wenn wir reden können in diesem sinne ich bedanke mich erst mal recht herzlich 13 leute hier im chat dicke fettes danke dass ihr alle hier dabei seid dass ihr euch das angeguckt habt ihr könnt ja gerne morgen wieder vorbeikommen das wird auch so um die drehe rum sein wenn ich dann so streamer also ab um 11 12 rum irgendwie so stimmt ich muss noch was zu essen machen ja wen haben wir hier drinne ich weiß nicht viel parada spielt zwar fifa aber ich habe echt kein bock so fußball ich werde mal das weil ich das jemand versprochen habe den companion vor gamer werde ich den werde ich einfach mal reden letztens hat der resident evil gespielt ich weiß nicht was er jetzt macht der ist recht neu auf twitch und ja wir sind stabiler tut das auch irgendwie recht also bei mir war halt immer echt nett und recht dankbar deswegen gaming mutter irgendwas irgend irgendein baumodulator irgendwas spielt ja ach keine ahnung wir reden einfach mal wie gesagt danke fürs zuschauen und ja bis morgen würde ich sagen haut da rein für euch nicht Untertitelung des ZDF, 2020